Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Pavle mit Piraten anzunehmen bei Schattenjäger Tijin in Diva Gardesund. An dieser Position nehme ich die Quest gleich mal an. Nun darf ich hinter Tijin dieses Seil hier am Boden anklicken mit der rechten Maustaste, also benutzen und dann sitzt man schon auf dem Schiff bzw steht man in dem Fall. Ok jetzt sitzt man. Eigentlich egal. Nun darf ich die Tijin folgen. Muss ich ihn ansprechen. Tatsächlich, ich muss ihn zuerst ansprechen, die Sprechblase. Nun darf ich ihm folgen. Weiß schon wohin er hin will, aber wozu voraus laufen? Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. So, Quest ist bereit zur Abgabe bei Erster Mat Hotkins in Diva Gardesund. In dieser Position. Hier in diesem Gebäude. Zeige es auch von außen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe das Video hat euch geholfen. Tschau. Ganz ruhigкая. Danke fürs Zuschauen. Ente mate buddy Puh poetry ng Absolutely perform